Liebe Boxsportfreunde, wir kommen zum zweiten Vorkampf. Es ist ein Kampf in der Gütskasse bis 65 Kilogramm, der Junioren über 3x2 Minuten. Hier stehen sich gegenüber, in der Ecke, rot für den Boxklub Wesel, Pjotr Kometzki. Sein Gegner kommt für den Volkskämpfer in München-Gladbach, es ist Edwin Keller. Der Refori des Freundes Ivo Kassi. Eurig frei, Runde 1. Glockenläον Glockenläu 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 Höchst! 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 In der roten Ecke für den Weseler Boxclub, das ist der Piotr Kamensky. Piotr ist 15 Jahre alt, er besteht bisher 14 Kämpfer, 9 davon jungen her. Er ist der amtierende Duisburger Stadtmeister und wird heute von Engi Mahler und Ajan Korkmeister getroffen. Der Engi, der ist vorantragend im Regen und ihr macht das richtig. Euer Applaus für euren Juni, er ist aus Rese. RIVA Ronde 2 cancel! BIT KICID! Komplett ohne! Check! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.